Und heute Abend die Reise mit einem wunderbaren, sehr intensiven Gottesdienst hier in der Kathedrale beendet. Wir haben hier in Blumnau sehr viel gesungen, aber auch in der Umgebung bis nach Florianopolis beim Erzbischhof. Wir können mit Stolz sagen, dass wir etwa 5000 Zuhörer hatten, die ganz beglückt unserer Musik entgegengenommen haben und uns auch damit beglückt haben mit ihrer Begeisterung. Wir danken allen, die uns diese Reise möglich gemacht hatten oder haben, allen voran den Organisatoren, aber auch die, die uns entsprechend finanziell unterstützt haben. Morgen geht es in den Flieger und am Dienstag sind wir dann wieder in Aachen und in unserer Heimat. Auf Wiedersehen! Ciao! Ciao! Dankeschön! Danke! 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 Vielen Dank.